Hallo ihr Lieben und zwar habe ich mir vor einiger Zeit beim Action hier diese Diamond Painting Stickers gekauft und die möchte ich jetzt mal machen und wollte euch mal teilhaben lassen das sind ja drei Sticker sind da drin diese diese und hier der da ist auch sogar noch eine Anleitung mit dabei was mich ja sehr gewundert hat da sind ja nie Anleitungen dabei aber das ist ja eigentlich selbsterklärend was man da machen muss dann ist hier so ein Schiffchen dabei dann der Diamond Painting Stift dabei der Wachs ist mit dabei alles was man benötigt ja ich werde das Video wie ich das mache also wie ich den Sticker paint werde ich dann im Schnelldurchlauf laufen lassen falls ihr interessiert seid könnt ihr ja gucken wie ich das gemacht habe ja ich wünsche euch viel spaß bei dem Video Bye 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020